Hallo zusammen, ich bin Augusto. Ich mache die Lehre als Dettenhandel im Bucherherz, Luzern am Schwanenplatz. Ich zeige euch heute mein Alter. Wenn du die Lehre bei uns im Dettenhandel machen willst, dann wäre es der Vorteil, wenn du gute Sprachkenntnisse hast, so wie auch wenn du ein offener Mensch bist, der nicht ein Schnüchterer, und wenn du Freude hast, Leute, Luxusgüter zu verkaufen. Das Coole an meiner Lehre ist, sie ist sehr vielfältig wie auch abwechslungsreich und unter den Ländern haben wir ein gutes Klima und es ist auch sehr interessant zu sehen, wie viele internationale Kunden hier reinkommen. Wenn wir Luxusgüter verkaufen, ist unser Erscheinungsbild sehr wichtig. Darum müssen die Männer sowie die Frauen einen Anzug haben. und die Frauen sind sehr wichtig. Zu meinen Lehren gehört nicht nur das Beraten und das Beholfen, sondern auch die tiefe Kenntnisse bei Edelsteinen und Uren. und die Frauen sind sehr wichtig. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann können wir euch auch bei Herbie bei uns. Wow. W Будde sich Übern